Dieses Sammelgesetz, also Epidemiegesetz und Covid-Maßnahmengesetz ist ja aus freiheitlicher Sicht, wie soll man sagen, der bislang vorläufige, traurige Höhepunkt eines Kurses, den ich als Corona-Rollkommandopolitik seitens der Regierungsparteien bezeichnen möchte. Und diese Corona-Rollkommandopolitik zieht ja in diesem Jahr 2020 eine Spur der Verwüstung durch das ganze Land, richtet enormen wirtschaftlichen Schaden an und vergreift sich auch zusehends an unseren Grund- und Freiheitsrechten. Und vor diesem Hintergrund ist es für die Freiheitliche Partei eigentlich ein Akt der Pflicht und ein Akt der politischen Notwehr, der gesamten Bundesregierung, der gesamten Bundesregierung, morgen genau für dieses Machwerk auch das Misstrauen auszusprechen. Wir werden also im Zuge der Debatte einen entsprechenden Antrag einbringen und ich glaube, wir setzen damit ein ganz wichtiges Zeichen und ein ganz wichtiges Signal, im Übrigen natürlich auch mit der Ablehnung dieser Gesetzesmaterien, dahingehend, dass wir sagen, die Freiheitliche Partei ist bei diesem Corona-Wahnsinn nicht dabei. Wir sind keine Komplizen einer offenbar etwas verrückt gewordenen schwarz-grünen Bundesregierung. Und das Regierung.